Das geschah beim letzten Mal. Leon, schnell raus da! Aufwand. Und so geht es weiter. Siehste, da ist er noch. Danny, der Pulsmesser. Was soll der da machen, wenn der die ganze Zeit auf 80 steht? Verdammt. Und stehen bleibt. Ada? Wo bist du? Wahrscheinlich ganz woanders. Einzige Panik, die ich immer habe, ist voll im Decken. Sollte ich vielleicht doch die Decken wieder mitnehmen, ne? Ja. So, und hier Buhl. Hammerkräuter habe ich ja mit. Ich darf wieder nichts anderes tun. Hier wird er zu spüren. Das riecht rein. Ich gehe in den Dunklen. Ich gehe in den Dunklen. Und hier weiß ich. Rupen oder nicht. Na, okay, das ist was. Und halt auch gleich mal auf. Und dann. Ja, das könnte sein. Auf 82. Vielleicht nur 81. Das finde ich auch ganz erfolgreich. Habe ich noch nie probiert. Wenn ich nach meiner Pulsuhr gehe. die ich nicht einblenden kann und ich hab's versucht Digitale USS Videokassette Digitale Videokassette Und Schleifspuren Ich vermute Lecker oder Licker Was zur Hölle Warum plünderst du die hier nicht Die haben Schutzhelme, die haben Rüstung Warum plünderst du die nicht In jedem anderen Spiel wird sich der Charakter freuen, dass er so eine Ausrüstung findet Nein Leon, der kleine Polizist, der braucht so was Da hinten trockelt auch mal durch die Gegend Der fällt runter Natürlich, der war wahrscheinlich auch gleich drauf, ne? Der braucht jetzt noch einen Schuss, ernsthaft? Bringt das jetzt was, wenn ich die hochkomme? Oder wenn der zerquetscht Die Antwort ist nein, der fällt mir nicht runter Und ich vermisse trotzdem das hingehen und auf den Kopf treten Ganz ehrlich Warum sind das nicht Warum sind das nicht Eingebaut haben Ich bin da wird das zugehörig hier ein Messer? Messer gut Wollte ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich Scheiße! Verstimmt. Geht mal das wegen. weil da ein ding ist das tauchen kann halt ne stopp kombinieren damit das durchgleich kombinieren mit dem das ist das erste mal dass ich schießen hallo Ich darf mal dran vorbeiziehen. Okay. ach das war die bahn kommt eine standseilbahn interessant jetzt bin ich jetzt bin ich im kontrollraum wo ist die woher weißt du das überhaupt da war was sie denn hin und fragt er weiß ja noch gar nichts von seinem glück dass er da sucht dass er weiß wo er da ist das sieht schon nicht gut an komm schon und doch ich komme jetzt muss ich zwei figuren finden ne hier liegt ja hier ist noch eine figuren also den turm muss ich noch holen und video gucken digitales video gucken schrecklich als techniker höher so bitte aufhören bitte aufhören bitte nein 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 hier drüben du Freak tu ihm nicht weh tu ihm nicht weh tu ihm nicht weh das virus ich wette die ratten verbreiten es so kann es von ausgehen du 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 was denn okay also Werkzeugkanalisation da kann ich nicht zurück weil ich ja da runtergesprungen bin das bedeutet ich muss diesen Weg laufen da habe ich eben was gerade vom Tresor gelesen Lieferschein jetzt sind wir ständiger Tresor der stimmt bestimmt gleich auf da 2.12.8 nee erstmal da haben wir die falsche Richtung 2 3 12 8 Tipps feines auch für die Schrotflinten weiter rum ok jetzt macht sie richtig Schaden oder wann 1 2 1 2 Ich suche ihn richtig öffnen. So, zumachen kann man nicht. Das ist ja wirklich dreckig. Was schleimt ist denn das hier unten? Schlüssel? Wozu immer der Schlüssel da noch ist? Hier ist das Ding kaputt. Ach, das ist da, wo ich von der anderen Seite wieder reinkomme. Verstehe. Entschuldigung. So, mach's was runter. Was zum Teufel war das? Oh, ein Vieh. Oh mein Gott. Das wird ja immer schlimmer. Was zum... So, schau, was zum Teufel war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bewusstet ihr euch? Jetzt haben wir hier nur einen Schoß, oder? Da kann ich wieder zurück... Oh, ist auch anders die Suppe hier. Habe ich Platz. Ich würde mich so sparen, bis essen. Ich glaube, dass da ein Wackel dran ist. Ah. Ich habe gar keinen Schuss mehr für. Ich nehme alles zurück. Ich habe doch keinen Schuss für. Da will ich rein. Ich will da rein. Gut, da muss ich jetzt ein Messer dran glauben. Ne, erstmal das rote. Ich werde das auch so nehmen. Weg. Jawohl. Figur. Das ist da aber zu. Das ist da aber zu. Das ist das. 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 Hier. Ne. Kann ich ja hier nicht aufmachen. Ohne hier dann auf zu. Okay, funktioniert nicht. Wenn ich nur eine Klinikentur habe, dann geht das natürlich nicht. Oder hat eventuell der Zombie, der da runtergefallen ist, noch eine zweite Figur angeboten? Nee, hat er nicht. Mano, hätte das sein können. Ach, jetzt bin ich, ach, hier bin ich jetzt wieder runter. Okay. Das ist hier aber. Nee, vor allem. Ja, genau. Chemischer Flammenwerfer. Gut, das Brett kommt weg. Weg damit. Jawohl. Damit. Schieben da hin. Den. Hier unten hin. Achso, das Tape kann auch weg. Weg damit. Bewahren mal nichts mehr auf. Jetzt muss ich aber... Den König... Hier die Dame wieder abziehen. Och, komm mal eine Güte. Drei Erste-Hilfe-Sachen habe ich mit. Gut, jetzt muss tatsächlich einem besser dran glauben. Das ist schlechter hier. Ich wünsche dir, dass genau das gleiche. Schade, dass du schon so früh wieder gehen musst. Ähm. Aber, ja, kann man ja mal nichts gegen machen. Leid der. Warst du der falsche? Ja, war der falsche. Das war die Queen hier, ne? Ja. Ist jetzt eine Gruppe vermutlich. Ich vermute mal, ich muss die Königin mitnehmen. Königin, das will sich die hier bestimmt noch mal tauschen. Ist nur eine Vermutung. Und den. Kann wir einfach machen, ne? Ja. Ja. Ich muss das sagen. Ja. Ja. Was ist das? naja gut jetzt kann ich noch einmal Heilung verbraten das ist echt frustrierend dass man da so viel schuss wird jetzt muss ich nicht hier weiter? ne da konnte ich nicht weiter ich muss hier lang ja technisch sieht es echt scheiße aus und dafür kann ich jetzt hier schön und dafür braucht der auch gleich verdammt ich kann immer nur draus decken das ist bestimmt wieder ein neuer da 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 ich weiß gar nicht ob die muss 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 irgendwie lang da ist man schon da hat man ja auch gehabt natürlich war da ein Hinweis irgendwo da